Hier leuchtet es. Ah, hier ist Party. Ja, F. Oder? F. Ach nein. Ach nein. Das können wir im Moment machen. Ja, das kennen wir von dir. Wird das schön oder nicht? Oh, nee. Oh, geil. Was müsste ich immer noch davon angefangen haben? Also ich muss dir sagen, so wie es ist. Den Anfang sehen wir eh noch ein paar Mal. Sag dir jetzt, schau ich es. Das wäre es natürlich. Alter, Bro. Warum stehst du da? Ich dachte, du wärst schon durch. Ich war gerade am Trinken. Ich Junge. Okay, warte mal. Vielleicht... Ich weiß gar nicht. Wer hat uns denn gerade gesehen? Einer von den Mitteln, Typ. Ich könnte ja eigentlich mal über QW gucken. Also falls ich mich an den Hinten da hinstellen kann und gucken kann, während die dich chasen, kann ich ja mal gucken, wer da das Problem ist. Und im Notfall müsstest du ja immer nochmal beten. Was raschelt da eigentlich so? Meine Karte raus. Achso. Warte mal. Warte mal. Warte. Guck mich mal an und mach nochmal. Welches hast du? Ich seh da auch gar nichts. Man tut die Karte immer nach hinten so hoch halten. Ja, der Hintereimer ist sicher. Guck an. Ja. Hä? Ah lol. Okay, ich guck jetzt mit Q. Äh, mit E. Wo die sich gleich ausrichten und wer das Problem ist. Hä? Ach, da ist einer ganz rechts. Also du kannst wieder zurück auf jeden Fall zu mir, aber wenn... Also falls du wirklich dieser eine... Der ist ganz rechts am Rand. Ich könnte den baiten oder könntest du durchrennen? Weil wenn ich die ja baite, ne? Dann rennen ja alle zu mir, ne? Ja, der steht hier quasi... Ja, ich seh den. Ich seh seinen Arsch. Also wenn ich grad... Du siehst, wo ich grad stehe? Ähm, ne, aber ich stehe hinter ihm. Das ist jetzt quasi gegenüber von diesem Eingang. Ja, siehst du mich? Ja doch, doch. Du stehst hinter ihm. Der ist das, glaub ich. Ja, ja, genau. Wenn ich den baite... Also ich würd jetzt losrennen. Einfach nach hinten irgendwie. Ja. Okay. Bist du bereit? Mhm. Hä? Hallo? Ficker? Ja, okay. Wo ist hier... Okay, ich hab sie sauweit weggezogen, aber ich hab keine Ahnung, wo zum Fly and Fuck ich hingerannt bin. Da wär nirgends ein Scheißstuhl. Der Tisch, irgendwas. Okay, ich hoffe jetzt mal. Okay, aber das Problem ist halt immer noch der eine jetzt ums Eck, ne? Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Gibt's noch? Ne, ne. Ich bin irgendwo... Ich war dann wieder im zweiten Raum, wo man da am Anfang... Dann war da noch jemand, der hat mich dann gecatcht. Okay, rechts ist auf jeden Fall einer direkt. Aber der guckt nach links. Denk ich jetzt einfach mal, ist ein Dead End, wo der eine Typ hinguckt. Finden wir raus. Aber ein Weg... Also einer war da, glaub ich, noch, aber der sah sehr Dead End mäßig aus. Ach so, hier geht's mir schon lang. Da ist jetzt gleich wieder ein Tisch. Oh my God. Ja. Okay. Ist der Weg weg? Darf ich mich jetzt nochmal bewegen, oder? Steht hier nochmal einander? Egal, ich kann ja zumindest trinken. Ist was, egal. Aber ich hatte Zeit. Machst du die Tür nicht hinter dir zu, Junge? Geht nicht? Okay, okay. Nie da drin. Ja. Oh, hier ist das Dings. Das, äh... Wie heißt das? Das Wasser am Backrooms... Ah, okay. God bless. Ich war wieder ein bisschen Musik. Ja. Und soll ich mal in die falsche Rutsche? Wieso gibt's... Ach so. Gibst du wieder? Ja, aber ich muss dich suchen erstmal. Ich planche ein bisschen. Wahrscheinlich ums Eck bei dir oder so. Nee, hä? Äh. Hier ist einfach die Unendlichkeit. Bei mir sieht einfach alles gleich aus. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Das ist ein einzig, was halt ein... Das sind einfach kleine Räume, die alle gleich aussehen. Ja, jetzt bin ich hier auch. Hä, man kann... Man kann nicht sprintjumpen. Äh, in Roblox Blackrooms... Gibt's immer eine Regel. Und der rechten war das lang? Man geht immer rechts lang, ja. Kann man auch machen sollen. Also man kann irgendwie nicht sprintjumpen im Wasser. Irgendwie hab ich da sau schnell kein Ausdauer. Ich bin tot. Was? Ich bin nach Raum gegangen, der war schwarz. Und dann bin ich aber irgendwie nichts verschunden. Okay. Ja, dann hab ich auch lang. Ich glaube, das ist nicht lang, Bette. Nicht? Nuh-uh. Okay. Es gab drei Optionen, glaube ich. Aha. Ja, ich test das einfach. In einem Fall verreckig. Ja, da bin ich rein. Ja, okay, da meinst du, hier ist doch der End. Ja, komm, Digger. Soll ich mich jetzt kennen, dass wir zusammensuchen können? Komm, Rainer. Wie random. Oh, ich weiß vielleicht, wo du bist. Ich bin diesmal links lang gelaufen. Ich bin diesmal auch einen anderen Weg gegangen. Nee, hä? Ich bin jetzt irgendwie bei dunklen Fliesen. Ich glaube, hier geht's auch nicht lang. Weil da wird's nämlich auch alles sehr dunkel. Komm. So einfach, bitte schon. Nee, ich bin jetzt wieder weg. Alter, das ist direkt am Anfang. Oh mein Gott. Ja, wenn man da lang geht, dann, ja. Da kommen die dunklen Fliesen. Irgendwie so, je näher ich gekommen bin, dass du dunkler wurdest. Oh, ist das schlecht? Weiß ich nicht. Ja, okay, nee, nee. Wir sind jetzt ganz dunkler, will ich nicht. Ich dachte, es bleibt so ein selbe. Nein, 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 nein. Ich schließe aber nur dunkel. Nein, 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 das ist halt immer dunkler. Dann bleiben wir jetzt mal der linken Wand. Wie kann jetzt mein... Ah, okay. Stairs. Das sieht aus dem Ausgangslicht. Ja. Oder drohtes Licht für ein so. Allein, okay. Naja. Da sind wir wieder hier. Geil. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann... Juhu. Was habe ich auch confused, weil auch obwohl ich das Spiel fertig hatte, haben wir nämlich alle auch immer offen. Ich bin wieder an der selben Stelle. Ich habe hier wieder einen Dead-End-Raum. Im Schwarzen. Sicher? Also gucken wir weiter rein. Wenn man das kurz schwarzen, was wieder hält danach. Okay. Ich glaube, wir werden rückwärts rollen. Es wird sehr dunkel. Du weißt mich doch dort. Ja. Ja, da bin ich gerade sehr gekommen. Ich war irgendwo da, da war es dunkel gefällt. Ja, okay, okay. Links leuchtet es ja. Ne, von da hinten bin ich gekommen, von da irgendwo. Achso. Ja, okay. Hier leuchtet es. Ich sehe auch kein... Kein Sound im Hintergrund, das ist, ich weiß gar nicht. Der Exit. Hier, die Pool-Rings, Junge. Oh, äh, was lebst du? Ja. Du hast eine Aufgabe. Leider? Lauf. In die andere Richtung. Zu spät. Kommen die nach einer Zeit raus, oder wenn wir vorbeigehen? Das freue ich mich gerade auch. Der Smiler smiht mich an. Was hat mich denn gerade gekillt? Oh, da müssen wir. Ich habe mich gerade so erschrocken, es kam ja gerade von der Wand. Hä, irgendeine Tür ist doch gerade aufgegangen. Warte, diesmal sind sie nicht aus den Türen rausgekommen. Aber das hinter dir ist aufgegangen. Ah. Ah, ich glaube, wir sind zusammen. Schade. Deine Todesanfassung war ja so geil. Okay, wir müssen gleich zusammen gehen. Rennen wir einfach. Ja, ja, okay. Okay, okay, jetzt verstehe ich es. Ja, okay, das ist so eine... Ich bin viel zu langsam, bin voll hängen geblieben. Mir fallen die ganze Zeit Sachen runter. Bro, das hatte ich voll schon gejukt. Ich weiß. Rennst du, kann man durch rein? Ja. Hier darfst du glaube ich sprinten, wie du willst. Ja, okay, ich bin die ganze Zeit sprint-jumpt. Da fehlt mein komplettes Momentum. Ich hätte gerne R5. Na, das Lampen muss ich jetzt mal runterfallen. Also, ich lerne auch nicht. Ich bin nicht lernt, will ich. Wohin, 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 wohin? Nach dem wieder weißer, oh Gott. Lebst du noch? Ja, ich bin raus. Aber du hast es geschafft. Oh nein. Was ist er denn? Ach nee, Digga. Der spielt, aber der läuft, der ran durch die Gegend. Hier ist es locker drei Stunden. Alleine. Also, er sieht dich nicht. Er hört dich aber. Aber dann läuft er manchmal nicht rein. Muss man hier... Muss man keys suchen? Muss man Kassetten sammeln. Ah, ich sehe hier nämlich so Sachen. Hier ist ein Ding... Weißt du, hier ist der Ding so. 32 Kassetten. Ach du Scheiße. Nach einer Zeit wird es dunkel. Und dann? Haben wir verloren. Wir gehen schneller, Sadie. Was so? Wir haben auch zwei Feueralarms an beiden Enden des Raumes. Dann kannst du ihn dann einmal kurz hinwägen. Also, warte ich Trigger gleich meinen. Dann kannst du kurz rumsprinten und so viel ausmachen, wie du kannst. Jetzt sammle einfach alles und sprint. Wie lange geht das? Bis es aufwärts. Okay. Ich lasse ihn bei dir. Gute Nacht. Gerade. Du kannst ja nichts gegen ihn machen, denn das würden den im Allmannschatz zu dir relativ oft. Aha, ist irgendwo noch ein Stuhl, außer... Wie schnell ist der? Wenn der Agro hat. Kannst du das schnappeln? Ähm, ja. Vielleicht ist das jetzt ewig so. Und dann bist du dunkel, ja. Dann musst du das schnell genug machen. So, und Huren. Ich brauch alleine, aber ich hab den ganzen Tag plus Level gebraucht. Ja, wir haben hier doppelt Erfolgschancen. Voll die Lüge, oder? Wie wir mal alleine, das ist halt so schämmt. Also, alleine brauchst du auch 2-0. Ich will wüsste, wie viele wir schon haben. das ist das ob es in diesem Ort das hat sich immer das hat er sich um doch auch ein Kuchen 5 die Kopfer liegt das ist ja wenn man alle hat was er machen was abschließt zum PC in der Mitte gehen und irgendwas an machen und dann geht ohne Tür auf die Zahl nicht 5 wo sind denn noch 5 die Umrufe ich habe eigentlich bei mir eine vergessen hast du hinten links quasi um im Raum geguckt ganz dahinten dem Eck meinst du? boah ich dachte ich wäre eigentlich gerade einmal im Kreis gelaufen, aber ich bin mir nicht sicher das Problem ist, ich sehe legitim nichts beim Zugriff ok hier ist noch eine ok ich sehe hier einer ich aus der Ferne nicht gerade sehen konnte äh dich nur auf der Ferne gesehen habe ok hört er mich eigentlich auf? ich glaube nicht oh da oben ist sogar auch noch Milch, aber hier ist Wüste glaube ich ah Milch äh Almond äh ich dachte es war Almond Milch, ach Water ist das okay die ganze Taschenlampe neben dir, ich reier ok da hinten ist eine ok das sieht man nur wenn man ein bisschen weiter weg ist das verpisst sich wenn du alle Kassetten hast gekriegt, dich einfach fach einfach ok da ist einer der Digga wo ist denn die letzte Kack-Kassette? der sagt die ganze Zeit sch... ok die hab ich das hat so was leiser sein oder so wie was denn die Bibliothek oder so ja ey wo ist denn die Le... oh mein Gott ich sehe sie dem Regal ganz oben ok ok wenn ich analysiere jetzt ein Pattern dann werde ich noch was links rechts ich glaub der läuft einfach red up ok jetzt geh ich nach da jetzt geh ich hin ich geh nicht hin alter ok jetzt ja ich muss noch ein Portal um ausbauen da lauf da einfach rein sprint ich hab's durchgerannt ok ich hab's durchgerannt ok hier und hier war das intens ach ne Digga ich dachte das ist ein Loading Screen wir müssen die 94. Etage ach nö dann no-klippen wir ok müssen wir jetzt mitzählen? 1? oder du bist jetzt einfach wirklich so ne es gibt 2 also 3 oh mein Gott was ist das scheiße 90 bist du 94? ja es gibt irgendwo Easter Egg man kann sich irgendwo durchbaden und einfach direkt reiten das hab ich mit dem Speedrunnen gesehen Digga ich krieg nen Drehwurm in meinem Arm ich lauf jetzt so dass ich immer ich lass jetzt mein Arm hier liegen drück jetzt nur W A S D dann sprint ich immer wenn ich nach vorne lauf und dann hol ich mir die Ausdauer wieder wenn ich nach hinten lauf das ist viel angenehmer äh huh ich glaub ich war am Ende echt oder du bist irgendwie grad also ich hab dich ganz langsam also du bist irgendwie an mir vorbei geklippt ja ich bin glaub ich genau geklippt ich glaub das ist das Ende aber nur geklippt oder ich bin runter aber ich bin durchgeglitscht ich weiß es nicht siehst du mich? ich sehe hier im feißen Bildschirm ok am Ende verrecke ich noch Digga du bist verbuggt ok es wird langsam hell hier oben 80 ich hab jetzt hier so wie so ein Blaufilter 91 92 92 93 ich werd's in 94 oh und in der Mitte runter kommst? ne hier ist nichts ich glaub wir mal in der Mitte runter oder? komm runter? ich fall grad sehr weit ja ok wieder auch gefallen auch ganz weit bis zum Ende bis zum Ende auch 94 Getaschen ne nur mal 40 hä? und willst du doch? was ne Scheiße also ich glaub du jetzt aber auch schon früher warum du in den Mittagern schweige? ja wahrscheinlich so ne Kacke ist das jetzt für den für Windows Homescreen Farlet? auch bis das Land wo es ist glaub ich friedlich bis solange ein Tag ist pff weil hier gibt's irgendwo kaum kennst du diese weil hier meine sanity hat sich nicht resettet? ne ne gibt's mal hier Elmett Mac ja ok ich werd jetzt sowieso gleich sterben bevor wir ankommen weil hier sind diese Pedo-Vans da gibt's Wasser ja Digga ich brauch einen Pedo-Van-Wasser ach Digga hier grab die Hände das steht hier den können wir rein ich glaub der bringt uns Richtung Ziel oh wait ich bin glaub ich jeden Moment tot oh no bitte trink schnell genug bitte trink schnell genug bitte bitte hier steht noch eins Seiddu, nein 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 nein. Ach mann. Schade. Er hat es sogar noch weggeworfen, der blöde Idiot. Wieso fährst du in einem mit? Ja, der will mich in die Richtung bringt. Hahaha. Glaub ich. Digga, mach mal, Alter, bist doch rumwaggen. Gucken wo ich aussteigen muss. Hm, da bist du grad irgendwie zur Seite ausgestiegen. Siehst du was, Carsten? Läufst du gerade schon? Ja. Ja ich seh das Carsten aber du bist irgend, Bist irgendwie ganz weit tippet grad. Bei mir warst du auch im Auto die ganze Zeit. Oh ja. Und was auch immer da so ist. Oh shit. Ist doch dunkel. Ich glaub ich geh ins Haus hier. Schaffst du's noch? Ich seh nichts. Oh no. Wo ist die Tür? Oh no. Ich glaub das hätte hinter dir gehen sollen. Guten Tag. Wo ist ne Tür? Ich seh halt auch gar nicht. Wait. Oh ja da ist die Tür. Warte. Geh bis hier nach vorne. Das ist ein Zaun. Ja. Huh? Das ist rein tippet. Ja jetzt wird wieder hell. Ich werde bis wieder durch die Tür geklippt. Ich konnte die Multiplayer. Da kommst du hin wenn du religiös bist. Sieht aus wie der Olymp. Das ist einfach ein Seil. Wenn wir uns erhängen. Ach bitte nicht. Huh? Kurz hochklettern. Ah Leute. Du warst bei mir am Boden. Na. Ist das Skaft? Okay hallo. Was ist das hier für ne geile... Wie du ein Playstation VR geben. Ja actually. Gibt's hier wieder ein Rätsel? Wahrscheinlich ne? Ja hier sind so komische Dinger die du rumschieben kannst. Was war drauf? Kreis Stern. Ist irgendwo ein Kreis Stern? Ich hab hier nur ein Stern gesehen. Ich glaub das ist das. Ist das so ein Kreis drum rum oder nicht? Ah. Ja genau die Dinger hier am Boden. Okay hier ist der Kreis Stern. Achso. Hier ist der Kreis Stern. Hier ist der normale Stern und muss nach da hinten. Okay man kann einfach nur mal laufen. Man muss sich gegen sprinten. Wie fucking bugged. Ne. Aber hier ist ein... Kreis. Kreis wahrscheinlich ist der noch vor mir. Ja. Easy. Im nächsten Level weiß ich ein Bug aber... Monkey. Komm wir machen mal so. Ach Digga ist der Böse? Aha. Ja. Ach nö. Nein du rennst direkt du Sack. Ich hab hier noch nie umgeguckt. Ich hab hier erstmal durchgerusht. Ich sneaker. Ja Digga der wird gleich aufstehen wahrscheinlich und mich... Ich hab weggeguckt. Hab weggeguckt. Mach nur. Ich mach schon mal die 8 Aboren an. Wo ist der jetzt? Ich mach doch nicht die 8 Aboren an der steht vor mir. Der steht hier genau vor mir. In der 8 Aboren. Okay wann geht's wieder anders Licht? Ja ich bin tot. Oh. Äh noch 80 Sekunden. 80 Sekunden. Ja wohin. Dann fährt die 8 Aboren los und du kannst du da einsteigen. Ja man muss überleben. Ja. Ach du kack. Ich seh ja nicht wer wer wo er ist. Jetzt hör ich ein Clowns Geräusch. Wie ist er denn überhaupt? Ich muss irgendwie zur Achterbahn ankommen wenn die fertig ist. Ich steh hier glaube ich bei der direkt. Ja ne du musst da rein. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ja jetzt ist er wieder weg. Ich spawne irgendwie. Ich fühl mich persönlich sehr safe hier wenn ich ehrlich bin. Das sind so viele Lichter. Ich seh halt auch. Alter. Die Achterbahn ist fertig. Jetzt? Ich muss halt dahin kommen. Muss einsteigen. Der hat einen Eingang irgendwo auf der anderen Seite. Ich bin einfach von der Seite rein. Und jetzt? Ja nicht. Ich muss Achterbahn fahren. Wie ich muss Achterbahn fahren? Oh ich seh meinen Arm. Und jetzt? Oh ich seh nichts. Achso. Alter. Juni der scheiß Clown. Mit seinem rum geht. Ach nö. Ach nö. Was ist das jetzt hier schon wieder? Achter was ist denn hier? Ich erinnere mich gar nicht dran. Hey Taschenlampe. Vier Stück für jeden. Ach Digger nein. Das ist schon verkracktes Kack-Ding jetzt. Ich seh mich gleich in. Ich renne gleich wahrscheinlich random. Wenn so ein Typen rein der aussieht wie du. Dann verwaltet er sich wie. Der ist Levels neu. Meinst du? Ja. Ich hab den noch nie gesehen. Den Typen? Der hat einen Typen hab ich erst am letzten Level gesehen, was gespielt hat. Ich möchte ihn gar nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Du kannst einfach mal hinterher, oder? Ja. Der wird bestimmt wissen, wo es lang geht. Bin ich in dir? Ja. Ich hab was. Oh ja, ich weiß wo wir sind. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Och nö. Was ist auch immer das ist Digger? Ich will es gar nicht wissen eigentlich. So. Über die Hand. Und wenn du jetzt legesli gedrückst. Dann komm mal her. Das schwarze. Dann kannst du legesli. Dann kannst du Punkte setzen. Weil du siehst die, wenn die hier nicht. Ach nö. Warum kann ich aber klappenlamm? Weil du siehst auch noch einen Typen. Da muss es nicht, wenn der Ende drinstehen. Nö. Ah, ich seh sogar dich! Ah, du bist der grüne Punkt. Ich bin der Rote. Äh, ich bin der Rote. Du bist der Rote. Du bist der Rote? Sich deine Punkte auch, frage ich mich. Ich glaub nicht. Ich hab Gelbe gerade. Wir verfolgen dann einfach. Ich glaube, er hat Angst vor uns. Wir jagen wieder her. Uff. Das Ding fickt so meine räumliche Wahrnehmung. Das ist so fucking crazy. Ich wechsle meine Farbe wieder. Dann weiß ich jetzt. Ich werd' gar ein bisschen blöd im Kopf. Ich bin nicht mehr tot. Er hat mir ein Junge ins Gesicht gebissen. Bist du wieder am Spawn? Ich kann das alles nicht mehr. Ja, okay, Digga. Jetzt. Ich hab nichts mehr zu... Ich hab nur noch einen Riegel und einen Drink, Junge. Ich weiß ja nicht mehr mehr, ob... Ich komm von hier. Ich komm von hier. Komm, friss mich einfach, du Arschkopf. Wobei... Ich hab keinen blassen Schimmer. Ja, okay, jetzt verreck ich Digga. Es wird alles blau und grün und rot. Ja, du musst das doch mal auch immer schon machen. Blau, auch türkis Digga, das ist schön. Okay, weißt du was? Ich bleib jetzt an der rechten Scheißwand. Ich trau mir noch von dem Geräusch. Also von diesem... komischen Gedüdel, Junge. Wenn man seinen Scheiß aktiviert. Das quält das nicht. Ne, nach ner Zeit machst du mich aggressiv. Wenn ich es 50 Mal in der Hand er gehört hab. Ja, Digga, was mache ich hier eigentlich? Die Klinie kenn ich doch. Die hab ich genau am Anfang gezogen. Ich bin auch... Ja, ne, das ist wieder der Anfang. Ich kotze. Also, legit. Vielleicht sollen wir jetzt mal aufmalen, Junge. Paint oder so. Nein. Oh. Oh, lol. Schade. Digga. Du willst auch nicht den ganzen Raum ziehen. Du willst nur eine Linie. Ja. Also, ich hab gehofft, ich ziehe jetzt ne Linie, Digga. Ich find den Ausgang und du kannst wieder hinterher. Ich glaub, am Ende verbindest du einfach die Linie wieder. Digga, wenn ich jetzt gleich... Also, wenn das passieren sollte, Digga, dann hör ich auf. Also, du kannst das in 5 Minuten lösen oder 5 Stunden sehen. Ja, es wird Detlef. Ich hab meine Linie gefunden. Ich werde jetzt wieder zurückgelaufen. Oh, Alter. Ich hab's... Oh, God bless. Geh ich jetzt... Geh ich jetzt insane, oder lass ich mich töten, oder versuche ich dich zu finden? Das ist, glaub ich, kein... alles scheiße. Ich hab irgendwann auf blau auf... umgewechselt. Okay, ich renn zurück. Ich renn blau so, weil ich rum zu spreaden, wie es geht, ohne dass ich verliere, wo das Ende ist. Wir versuchen mal zurückzukommen. Ich find nicht, weil wir muss zurückgehen, weil ich alles angepisst hab. Ja, kaum muss Lila folgen mit irgendwann blau. Warte, ich hab mich verlaufen. Bro. Nein, 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 warte. Nein, nein, hör auf, tu mir das nicht an, okay? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht weiß, wo das Ende ist. Nein, Digga. Warte, jetzt sehe ich noch rote Punkte. Wo bin ich hin? Nein, das ist nicht dein Ernst, Junge. Das ist nicht dein Ernst. Ich muss jetzt auch was trinken, Digga. Das heißt, ich hab jetzt gleich andere Farbe. Ich hör, ich seh dich, ich seh dich auf meinem Tracker. Ah, cool. Warte. Ich bin hier gerade durch wie so ein Blöder. Ich seh dich. Oh mein Gott, Alter. Krass, Junge. Gelb für die Welt, Junge. Das ist ne Scheiße, Alter. Die Tür ist nichts. Und zumachen. Oh, ich bin hinter der Tür. Okay. Was ist hier hinter? Ach, nö, Digga. Ist das der Staircase Backroom oder was? Ja, das ist Wasser Backroom. Hier ist das Wasser. Okay. Was kann hier passieren? Na, ich lass mich einfach überraschen. Ich weiß es selber nicht. Oder kannst du nur einer? Kommst du jetzt rein? Ich hab mein eigenes. Okay. Row, row, row the boat. Aber irgendwo ist ne Kirche da ganz hinten, ey. Siehst du da hinten die Kirche? Das ist dieser Turm, die da rausguckt. Fahr einfach dahin und gleich siehst du nichts mehr. Wolltest du den Weg nochmal finden? Den, äh, beim anderen Level? Nein, du. Ich nebel dir einfach hinterher, Digga. Ach, hier ist die Kirche. Aha. Ach, du Leuchtturm. Das ist fast die Kirche. Wir sind versunken, der Ding. Mal Punkte setzen. Sollen wir da rein? Digga, das ist doch ein High Cage. Diving Helm mit, Junge. Geile Scheiße. Kannst du, glaub ich, equipen. Mainhand oder was? Digga, ich werd grad blöd. Ich glaub schon, Mainhand. Okay. Dann kannst du ihn aufziehen. Hey, wie geil siehst du aus. Okay, wait. Bonk. Ach du Scheiße. Oh no. Das kann doch nichts werden. Nein. Digga. Was kommt jetzt, alter? Ja, was für ein Riff gehen wir jetzt? Hup. Nein. Ich bin im Käfig. Man kann schwimmen? Ach du Kacke. Ja. Irgendwo hier ist ein Ausgang. Juppi, hier ist ein Ausgang. Cool. Ich find doch den Ausgang. Ja, ich schwimm einfach mal. In welcher Cage-Richtung bist du geschwommen? Ich weiß es echt nicht. Ich schwimm hinter. Ich glaub nicht, dass hinter der Kord ist, wenn ich ehrlich bin. Ich schwimm einfach mal. Hier ist halt der hinten vorm Gesicht. So nervig. Irgendwann schwimm ich, glaub ich, gleich einfach nicht rein. So random. Okay, ich glaub ich hab's. Echt? Ja, ich hab's. Aber ich komm nicht durch, weil du nicht da bist. Ich kann sprinten einfach. Muss ich gar nicht. Okay, warte. Ich schwimm mal ein bisschen hoch. Scout ein bisschen. Aber wie viel wäre es jetzt? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich glaub ich geh da voll insane einfach. Und dann hast du Seh. Aber wir gehen auch gleichzeitig ins Sehens. Das ist wohl eben. Oh stimmt. Ach stimmt, du kannst nichts nehmen noch. Ich kann auch nichts nehmen. Oh lol. Das ist halt so ein Stein. Ach so. Der ist ziemlich groß. Ja Digga, hier ist ein großer Stein mit einem Loch. Aber in dem Loch ist nichts. Von wo schwimmen wir da rein? Von oben oder von unten? Von der Bette. Ist eigentlich ein Stein hier bist du? Komm her. Nein. Oha. Jetzt kannst du nach da unten. Hast du da eigentlich in der Hand? Was ist die Kamera in der Hand bei mir? Ja komm. Das wirkt bug die wahrscheinlich zu überall rum. Okay, was ist eine Animation? Ja. Und die halbe Sekunde noch. Ach Digga. Okay. Da kann schon das alles stocken. Düster schon wieder. Ja. Okay, es gab... Hockitalki. Digga's hier unsere Freunde. Ich weiß nicht was das macht. Hockitalki, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, ich nehme das jetzt instantan wieder aus der Hand. Ich will nämlich keinen Lärm machen. Ich glaube es hackt. Äh. Wait. Tschüss. Gerade was? Kommst du wieder rein irgendwie? Ach so. Das ist in den Gang wo ich gerade rein mache. Kommst du auch wieder rein? Nee. Äh, ich bin tot. Warte, wie ist jetzt Dorstag draußen? Ja. Okay. Tschüss. Nein, tschüss nicht nochmal. Direkt um die Ecke war ne Motte. Äh. Also ja, hier. Hier ist ein Vieh direkt. Da musst du dran uns vorbeißigen. Ich hab's nicht ganz genau gesehen. Weil dein Typ nach unten guckt. Aber da ist gleich ein Vieh einfach links. Ja, die hab ich irgendwie irgendwie kleine Erinnerung. Ja, die hab ich irgendwie irgendwie kleine Erinnerung. Muss ja bloß liegen dann. Okay. Ja. Ja, das stimmt. Das wird auch noch die blauen, die durch den Pülsen sind. Aha. Vor allem, wenn man sieht, leuchtet man einfach auf dem Boden. Also du leuchtest bei mir auf dem Boden. Nein, ich brauche es. Das ist scheiße. Geht das wieder einer oben rechts. Was das euch findet. Ich dachte, es ist ein wenig, es ist so ein bisschen auch so, wenn ich dachte, es ist nicht so offen. Aber es war eine Abkürzung, ja. Ich seh da eine Almond-Milk. Das ist safe for the bait. Ja, hier ist tot. Alles klar, ich geh grad blöd. Ich muss die nehmen. Also da hinten. Oh mein Gott, wo müssen wir jetzt lang? Ah, da hinten sind Pilze. Alles klar. Ich weiß auch nicht, ob die sagen, wo lang es geht. Die sehen auch cool aus, die Pilze. Ja. Das ist ja mein Lebensmutter. Wenn's cool aussieht, dann ist das schon richtig. Boah, hier längst leuchtet das. Irgendwie will ich da hin. So ein einsamer Pilz. Ne, da sind mehr. Ich glaub, hier sind das. Ja, das ist das. Das ist ein Dead End. Ne. Ich mein, geht hier einfach im Kreis, oder? Ne, never mind. Okay. Mehr Schuh. Du bist eigentlich im Kreis gelaufen, oder? Ich weiß es nicht. Hier ist ne Brücke. Hier ist hier ne Motte. Ich weiß es nicht, Digga. Ich trau mich auch nicht, einfach los zu rennen. So, über die Brücke oder nach hinten? Das kommt ja. Komm, lass mich alleine drüber. Okay, jaja. Sollen wir sprinten? Bro, weiß ich nicht. Nein. Sprint ist nicht die richtige Antwort. Hä, und jetzt? Äh, komm, kannst du mal was sein, oder so. Ich spür gerne, sei jetzt nicht mehr. Das ist das, was du hast gemacht. Ja, ich hab mir jetzt gesagt, ich hab das eingetrackt. Okay, wenn ich jetzt sowieso ins Ende gehe. Sprint aus Alkuchen, wo du sein kannst. Ich schaue, oder? 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 Okay, ich glaube, wir sind einfach nicht drüber. Ich schaue, oder? Wie macht das mathematisch Sinn? Dass es dein Gewicht hält? Weil wenn du schnell fährst, hält es nicht mehr dein Gewicht. Was ist das, was da auch da steht, wenn ich über die Brücke mit 20 km h oder 40? Ich glaube, wie viel, weil du, ne, hier, kinetische Masse wird umgewandelt, so in Energien, so schwer und so, Physik, kinetische Energie umwandelt in, ach, keine Ahnung, Digga, Physik hat mich auch nicht interessiert, hallo Meg, mal gucken, dass ich dich mitnehme, oder du mich. Ich habe gefühlt, wie die staatlichen Brücken aufgerechnet, weil es so gefühlt wie Poli-Bridge oder so, oder so, das ist ein Brückspiel, also. Okay, glaub ich, die müssen doch gut sein, wenn die die immer zum Weg führen. Äh, da ist einer von uns, aber das ist nicht wir. Aber, Leute, ich hab mir nicht das, ich hab' gesehen, ne. Da stand Gottes rein, wir laufen in der Taschland, außer wie wir. Oh, nö. Wir laufen nicht mit der Herr oder wie? Äh, da ist er, das rechts. Und hier, quasi, war er jetzt direkt rechts. Aha. Äh, da ist er, der ist hier, der ist hier. Äh, dein Dorstak, ich komm nicht hoch! Guck, was ist das? Da sind zwei, nicht, Rainer? Ich war aber Dorstak, hier noch nicht hochgekommen. Ich bin in der f***ing Sackgasse gerannt. Ich bin in der f***ing Krüppel. Jesus. Das waren zwei auf einmal, übrigens, du? Äh, also da ist... Ja, ja, der eine hat dich gekillt und der andere ist hinterher gerannt. Und ich bin an beiden vorbeigerannt, auf Hoffnung. Ich glaube, da ist auch ein Pilz schon. Hier, da ist auch ein Pilz. Bist du das? Ja. Ja, okay. Also, wenn du mal jumpst, weiß man das in dir. Ja, eigentlich schon. Die jumpst nicht so wie hier. Hey, ich sage immer noch, hello. Okay, Steiner, schade. Tschüss. Tschüss. Doch, Mann, da steht er. Äh, gute Nacht, Benne. Nein, ich schluss mich nicht. Und da ist direkt noch einer. Ach nee, das ist ein Ende. Erstinterview und hier ist das Ende. Riot Games, fix your game. Ich bin auch am Ende. Ich bin am Ende oder bin ich am Anfang? Ich glaube, du wirst am Anfang, weil ich bin am Ende. Oder? Ich bin am Anfang. Aber ich bin safe. Also, ich bin am Ende. Ich tue schon mal das Ding am drücken. Ich habe Bock, dass mich gleich einer zu rennt und die Tür nicht rechtzeitig zu geht. Außer du musst aufmachen. Ja, ich kann ja aufmachen, actually. Aber es sieht hier sehr nach Ende aus. Oh nee, hier geht es runter. Ich bin hier safe auf jeden Fall. Du musst rechtzeitig... Nee, warte mal. Eigentlich ist es blöd, ne? Wenn du nämlich hierher rennst, mit wem hinter dir geht die Tür nicht rechtzeitig auf. Ich mach mal auf. Ich lass es mal auf. Hey! Bist du lange in der Mitte, oder? Nein, das wäre Hey gesagt. Oh Gott, der stand da! Der stand da vor mir! Die Tür ist wieder direkt zugegangen, Digga. Ich bin nicht... Ich weiß nicht, wie du herkommst. Der kämpft da. Ich bin da, ich mach auf. Ja? Ja, da ist keiner. Gut. Hallo? Hey! Der stand da und ist gar leuchtend weggelaufen. Mit dem Rücken zu mir, Digga. Zum Glück hat er nicht zu mir. Hast du das gehört? Ja, der ist hinter uns. Alter! Ich bin erschrocken. Hier ist eine Leiter. Oh, ich glaube, die brauchen wir. Wollen wir ihn mitnehmen, oder müssen wir da hoch? Ey, wir sind da nicht mal zurück. Digga, du kriegst hier grad deinen Rücken irgendwie. Was? Ich geh da gerade hoch. Ja, ich merk's. Was ist das? Wir sind da wieder... Das gefühlt wieder so anders. Ach nö.. Das hast du gesagt, ne? Ich weiß nicht, was das macht. Ich glaube, es ist... Ich weiß es echt. Das hast du ganz am Anfang, glaube ich, gesagt. Es gibt die Backgrounds nochmal so, aber mit Böse. Nee, hä? Dunkel, oder so. Wo ich das mal auf... Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist ein Knopf. Das ist Dings. Das ist Dings. es ist da macht es nicht aus da kann es nicht guck mal zweites Kreis 1 ist 4 3 1 ist 3 ist fehl 1 4 1 ist 4 2 ist Kreis dann aus vielleicht macht Kassen Kasse Sachen im Chat siehst du das Kielke die Programmierung so ist so lang in Köln Klaus was als 1 1.5 4 4 3 ist aus Kreis 1 3 2 auf der Städte noch und ein Schenzer Kinder mit Leuten doch das sagen auch noch was wir jetzt bei Schuss und hier dann machen mal das war das für eine geile animation ja das ist das level ich dachte schon ich bin nicht bei dir ich würde dich gerne suchen ich bin hier in fünf Sackgassen schon reingerannt innerhalb kürzester Zeit ich habe ja auch einen Pfeil gefunden ich glaube dann ist einer von uns falsch ich komme zurück ich laufe ja Gott bläst Gott bläst dann fühle ich mich definitiv sicherer hier ist der denn die Pfeile okay in YouTube Thumbnail ne aber ich okay jetzt sind wir hier okay jetzt können wir aufhören okay dann chillen wir die Enden weil hier speichert das und hier müssen wir die Knöpfe drücken ohne den Leuchten und oder so ein F*** nigger und run through the gate so it can't follow you ach so so it can't follow you